So, ich frage mich auch, warum immer nur einer irgendwie dann böse wird, falls man das so nennen kann. Ja, gut. Das haben wir sehr schön gemeistert. Und hier war ja jetzt was. So. Okay. Ach, kommt jetzt gleich nicht wieder die Ratte? So. Was mir da der Powerblock bringt, ich hab keine Ahnung. Sehr schön. So. Ah, Endboss. Von der First Stage, wollte ich gerade sagen. Okay, das ist schön. Ach, schade. Ja, nice. Einmal getroffen. Ah, da bleib ich mal ein bisschen vom Weg. Bleib da! Bleib! Ach, Mann. Aber jetzt hab ich erst mal kapiert, dass man die auch in der Luft abfangen kann, was es das natürlich um einiges leichter macht. Macht. Ah! Da! Komm hier hinten hin! Ja! Sehr schön. Hier hin bitte! Da! Hier so! Da! Hier! Hier vorne! Nicht! Fuck! Komm, schmeiß mal was! Ich hab grad voll Bock auf GTA irgendwie. Off. Oh mein Gott! Komm hier hinten hin! Please! Thank you! Puh! So. Sechs Stück. Hm. Warum hab ich denn dafür jetzt nichts bekommen? Oh Mann, das ist doch unfair. Ich hab immer zwei gleiche. Vorhin hab ich auch für zwei gleiche was bekommen. Ach, Mann. Dann halt nicht. Gibt's dafür überhaupt so einen Pattern, wie man drücken kann, in welchem Abstand? Ich weiß es nicht. So, Schlange kommt jetzt, ne? Ach, leck mich doch. Waaah! Äh, ne. Waaah! Gott! Das war Glück! Weg mit dir. Oh, ein Trank. Okay. Autos. Oh, Ficken. Was? 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 Oh, was? 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 Ach genau, da war ja was. Kann wieder nicht buddeln Also irgendwie manchmal, wenn ich auf so einer Kante stehe Wo man so buddeln kann Dann funktioniert das nicht So, das war mal sehr Das lass ich sein Nee So Okay Das ging ja gut Das war alles mit dem Abgrund Da muss ich auf jeden Fall auf die andere Seite So, Nummer 1 Nummer 2 Und Nummer 3 Das war diesmal sehr einfach Sehr schön Warum? Ich versteh es nicht Mann, no Das kann doch nicht sein Ich hab so viele Münzen Und ich verballer die alle So Verdammt Kein da Okay Hier war glaube ich nur eine Shell, oder? Aber ah, hier kriegt man glaube ich Wegen Gegners töten Könnte man hier möglicherweise Herzchen bekommen Oh, nein, nein, nein Nicht wegschmeißen Hier hinten, bitte Oh, ein Pilz Geil Und zwei Münzen Ah, sehr gut Ach man, jetzt hab ich das schon wieder Ver... Fick der Scheiße hier So Ein Herzchen, bitte Weiß nicht, ob wie viele Gegner man ein Herzchen bekommt Zehn Hm Ei, 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 ei Okay Komm, jetzt ein Herzchen Ich werfe ein Herzchen Ah, Dankeschön So dankbar Weil dann ist die Leiste wieder voll Aber starten wir in jedem Level Mit zwei Leben Was? Oh, nö, ey Das kann doch nicht euer Ernst sein Ah, hier kommt gleich dieses... Was war denn eigentlich hier? Ah, hier U- Ms Bringt mir jetzt leider nichts Ah, und One up Ein Gamer Oh, geil Geil Okay, das war Glück. Was war denn hier? Öffnung Gegners töten, oder was? Ne, ein Pau-Block. Und ein Trank. Naja, eine. Und ein Pilz. Geil. Oh, meine Nase juckt so feste. Uah. Da verpisse ich mich direkt. Es war sehr gut, dass ich hier reingegangen bin. Ich werde jetzt aber gerade erstmal was trinken. Und wahrscheinlich mein Fenster zu machen, weil mir die Autos sehr auf den Sack gehen. Schön lecker Orangensaft. So. Fenster wäre zu und ich kann ungestürzt weiterzocken. Oh. So gut, dass wir da drinnen waren, ne? Oh, ein Herz. Aber das brauche ich jetzt nicht. Äh, warum gehst du da durch? Ach man, das ist so eine abgefuckte Gülle-Scheiße, ne? Oh. Das war knapp. Oh, macht ihr mal da. Macht ihr mal, solange ich mich da nicht getroffen werde, ist mir das egal. So. Ähm. Ähm. Oh, fuck. Frage ist ja, ist das überhaupt richtig, wie ich das hier mache? Oh, ich wollte eigentlich nur rennen. Letztes Mal bin ich, glaube ich, links gegangen und das war falsch. Ah, jetzt kommt... Oh, ich musste auf beide Seiten. Nee. Okay. Es hat gereicht, wenn ich hier lang gehe. So. Ach jo. The Boss. Hatten wir den geschafft? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich finde das so assi, dass man davon getroffen werden kann, ne? Macht ihr immer dreimal? Eins. Zwei. Zwei. Ja. Tatsache. Eins. Zwei. Drei. Oh, ne. Den will ich nicht haben. Eins. Zwei. Oh, man. Ich bück mich doch, dann kann das mich doch nicht treffen, das ist doch... Sehr fragwürdig. Was ist hiermit eigentlich? Kann ich das... Mann. Bist doch eben geflogen. Hier, guck, wie lang die fliegen kann, ne? Dann könnte ich den damit vielleicht Matsch machen. Eins. Zwei. Zwei. Zwei.